Ich werde darüber reden, wer in der EU gehört, und ich werde darüber reden, warum das Parlament so wichtig ist und wir das Parlament als einzig demokratisch legitimiertes Organ der EU schützen müssen. Aber vorher noch ein paar Sachen zu Chris hier. Da sagt Chris hier also, wir führen jetzt eine Alternativlosigkeit ein und das lehnt die Politik, denn die Demokratie braucht immer eine Alternativlosigkeit. Ja, aber die Demokratie braucht auch Regeln. Wenn wir hier einen Wettstreit haben, einen Diskurs, und ich boxe dich einfach um und dann sage ich, schau, sie sagt nichts, ich bin Erster, dann war das kein fairer Diskurs. Und dann sollte mir nicht die Möglichkeit gegeben werden, dich umzuporfen. Warum ist dieses Beispiel so praktisch klingt sinnvoll? Weil wir was anderes machen als im Parteienverbot in Deutschland, wo wir sagen, jetzt nehmen wir dich komplett raus und sagen, du solltest gar nicht existieren. Wir wollen nicht den Fonds national sein. Wir wollen den Fonds national nicht zulassen zur Wahl für das Europaparlament. Das ist ein großer Unterschied, und das hat mir am liebsten gesagt. Es gibt hier zwei Ebenen. Es gibt die Frage, will ich in der EU sein? Es gibt die Frage, wie soll die EU sein? Und natürlich dürfen in der EU Parteien sein, die sagen, wir sollten nicht mehr Integration machen. Es wird aber schwierig, wenn wir 28 Länder haben und eins stellt sich hin und sagt, ich will nicht mehr dazugehören. Und damit ich das zu Hause durchkriege, fange ich jetzt an, das die EU immer, immer schlechter zu machen. Denn die Leute zu Hause werden austreten, wollen die schlechter die EU werden. Und ich will austreten, und jetzt nutze ich meine Macht quasi, ich boxe meinen Gegner um und sage dann, schau, er sagt nichts, er ist schlecht, lass uns doch austreten. Wir glauben, das soll nicht passieren. Dann kommen wir zu diesem Punkt, dass Chrissy sagt, jede Meinung ist wertvoll. Wir glauben nicht, jede Meinung ist wertvoll. Wenn ich zu Hause mit meiner WG den Putzplan aufstelle, ist die Meinung von all den Menschen, die nicht in meiner WG wohnen, nicht wertvoll. Die sind nicht betroffen. Die Regelung geht sie nichts an. Die wollen vielleicht in meiner WG wohnen, dann würde ich sie auch nicht drin lassen, aber meistens wollen die gar nicht in meiner WG wohnen. Und wollen jetzt aber sagen, was ich machen sollte, damit es gut ist. Und genau die Situation haben wir hier. Denn wir verbieten ja nur Parteien den Zutritt, die sagen, sie wollen austreten, oder den Europawahl sind. Und dann sagt sie einfach, wir müssen diese Feinde sehen. Die sind nicht in der Jax, aber wir werden es international auch noch sehen, wenn er nur an Frankreich Kampagnen führt, dass Frankreich austreten soll. Wir haben ihn schon vor der Europawahl gesehen. Wir werden all diese Parteien sehen. Die werden da sein. Die werden den Diskurs in diesen Ländern führen. Und die proeuropäischen Fäfte in diesen Ländern müssen sich gegen die aufbauen. Aber nun, das können sie auch. Und es ist überhaupt kein Problem mit den Gründen. Kommen wir nun zum, wen gehört EU. Ich glaube, die EU gehört denen, die dazugehören wollen. Und an die müssen wir vor allem denken. Denn wenn jemand sagt, ich mag nicht, was du tust, aber er will gar nicht Teil sein, hat er einfach weniger Anspruch mitzuregen. Das heißt, wir sollten das Parlament, was extrem wichtig geworden ist, durch den Vertrag von Lissabon gestärkt werden, weil es jetzt den gesamten Haushalt verabschieden kann, weil es alle Gesetze verabschieden kann. Wir haben sogar die Möglichkeit zugelassen, dass wir heute austreten können. Vorher hätte man sagen können, vor diesem Vertrag, man muss im EU-Parlament sein, weil es innerhalb der EU kein Mechanismus gibt, auszutreten, außer dass man den innerhalb der EU schaffen will. Das ist vorbei. Wir haben den Vertrag, da steht drin, Großbritannien darf abstimmen. Wir haben die Systemverwertungen sogar schon angesetzt und die dürfen austreten. Das heißt, man muss nicht mehr in der EU sein, um austreten zu können. Genau. Und diese EU hat richtig viele Probleme, die wichtig zu lösen sind. Wir haben große Hilfsarbeitlosigkeit im Siegen. Wir haben ein Ungleichgewicht innerhalb der Währungsunion, wo wir gucken müssen, wie lösen wir das politisch. Wir haben sehr, sehr viele Probleme, wo die Lösung uns sicher ist. Alle tragen diese Probleme. Und jetzt schauen wir uns an, tragen diese Probleme wirklich alle? Wenn Großbritannien auszutreten und nicht den Euro hat, trägt sie dann die Probleme, die EU offensichtlich nicht. Und das geht ja um die Parteien, die austreten wollen. Das heißt, wir sehen also, wie werden diese Probleme bisher gelöst. Naja, da kommt jetzt die Besonderheit des Parlaments. Fast alle Mechanismen, die wir bisher gemacht haben, hat die Zusammensetzung der Chefs der Länder, also die Kanzlerin und den Premierminister, wie die immer heißen, die haben bisher das gelöst, über neue Extraverträge. Die haben gar nicht die Kommission gefragt, die haben auch nicht das Parlament gefragt, die haben sich einfach selber was aufgenommen. Und die Bevölkerung fühlte sich überdank und glaubt jetzt, die ganze EU ist schlecht. Dabei gibt es innerhalb der EU genau eine Institution, nämlich das Parlament, die all die Änderungen, die auf breite Zustimmung innerhalb der EU gestoßen haben, angestoßen hat. Es fängt an mit dem Lissabon-Vertrag, dass wir sagen, wir wollen mehr Demokratie. Das endet bei sowas wie den Rückengebührenbodenverboten, in Akte wurde abgelehnt und das wird kommen, wie da abgelehnt. All das hat das Parlament gemacht, weil es das einzige Gremium ist, was sich demokratisch rechtfertigen muss und deshalb auch das einzige Gremium ist, das zugänglich ist für den EU-weiten Diskurs der Bevölkerung über ihn befragt. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir dieses eine Gremium, was all die Lösungen, die wir bisher hatten, wenn es Unzufriedenheiten gab und wir die abwauen konnten, dass wir heute produziert haben, dass wir das handlungsfähig halten. Und es wird einfach deutlich weniger handlungsfähig, wenn diese rechten Parteien, und die sind halt nicht links und rechts, wenn du die Europawahl anguckst, sind fast alle Parteien, die die EU ablehnt, im konservativen rechten Spiegel und sagen sowas wie Mir Samir oder Frankreich den Franzosen oder Großbritannien war viel besser dran, als es noch Greater Britain hieß. Das heißt, die sind fast alle rechtlich, deshalb gibt es ja die lehre Gefahr, eine Fraktion zu gründen und die können uns dann überbieten. Bevor ich also nochmal zeige, wie das Parlament besser funktioniert, wenn sie nicht da sind, EU-Politik funktioniert ja vor allem auch über die Nationalstaaten und über den Ministerrahmen. Wenn jetzt Le Pen zum Beispiel Präsidentin wird, wird da nicht gerade diese Unterscheidung, die er trefft, überhaupt nicht mehr statt. Das ist ja worum ich die ganze Zeit rede. Es gibt irgendwie vier bis fünf EU-Institutionen und das Parlament ist die einzig demokratische Rede und die sollte auf jeden Fall handlungsfähig sein, wenn die EU sich entwickeln kann. Natürlich kann Le Pen, wenn sie den Premierminister von Beirat ist, das boykottieren, aber dann tritt sie wahrscheinlich einfach aus, weil dafür steht ihre Partei und dann haben wir dieses Problem, was du bescheuert hast. Das heißt, das Parlament ist der integrative Motor der EU, der zu Lösungen führt, die die Bevölkerung akzeptiert und das macht auch Sinn, denn es sind die einzige Gremium, was sich vor der Bevölkerung rechtfertigen muss. Und wir müssen dafür sorgen, dass wenn wir so viele Probleme auf EU-Ebene haben, dieses Parlament handlungsfähig ist. Wann ist das handlungsfähig? Und da kann man jetzt natürlich Crissys Theorie glauben, dass wenn jemand neben mir sitzt, der die ganze Zeit sagt, alles was du willst ist doof, wir wollen das nicht, wir mögen das nicht, noch eine Anhörung, noch eine Anfrage, noch eine extra Runde für dieses Gesetzgebungsverfahren, dass das dann schneller geht und besser wird und die Leute sich mehr zusammenfinden. Ich glaube, das ist nicht der Fall. Wenn da jemand ist und ich möchte mit Freunden eine Diskussion führen, wo das ist mein Ziel und der sagt die ganze Zeit, dein Ziel ist falsch, dein Ziel ist falsch, dein Ziel ist falsch, dann habe ich viel weniger Zeit, die Mechanismen zu finden, die mein Ziel erreichbar machen. Und genau deshalb ist es gut, wenn wir die Leute aus dem Europäischen Parlament rausnehmen, die gar nicht in der EU oder in dem Euro drin sein wollen und all den anderen ermöglichen, konstruktiv zu arbeiten. Und die sind ja nicht weg. Wir machen die nicht Mundtut, es gibt Medien, es gibt Presse, es gibt Umfragen, wie viel der Front National bei der nächsten französischen Inlandswahl kriegt. Das heißt, der Diskurs bleibt da, aber die Handlungsfähigkeit desjenigen Organs, was interessiert ist daran, wie die EU bei den Völkern wahrgenommen wird, die wird erhöht. Und deshalb für mehr Aussichten auf eine Völkernkrise. Für die EU. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.